Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Offroad Simulation SnowRunner. Wie versprochen werden wir uns heute wieder auf den Weg machen zurück nach Alaska. Vorher habe ich allerdings noch eine Sache zu erledigen und ich habe noch eine offene Rechnung, vor allem mit dem Spiel, denn ihr seht da vorne den Anhänger, den kennt ihr noch aus der letzten Folge und der ist echt verloren. Den kriegt man da nicht mehr raus. Einige von euch haben in die Kommentare geschrieben, ihr glaubt an mich, glaubt daran, dass man den noch irgendwie da rausheben kann, aber nach einigen Versuchen muss ich sagen, ich gebe auf und habe hier nochmal neue Stahlplanken oder Stahlträger hingebracht und die werde ich jetzt abladen. So, dann wird hier weiter gebaut und dann habe ich noch einen anderen Trailer, die hier vorne stehen, den habe ich auch schon vorbereitet. Insofern ist das jetzt nicht mehr so spannend, aber trotzdem möchte ich oder wollte ich euch die fertige Plattform dann nicht enthalten, vorenthalten. Machen wir den einmal los. Und dann in bestem Gebiet, in bestem Schlamm, werden wir den anderen dran machen. Und dann geht es weiter nach Alaska. Auch da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, habe ich ja versprochen. Denn ich habe mir die Karten ein bisschen angeschaut. Das ist ja keine schlechte Idee in SnowRunner. Schon mal so ein bisschen, ich sage immer ortskundig, bin ich, aber bin ich natürlich bei Weitem nicht. Flup! Und dann machen wir auch hier nochmal die Frachtverwaltung. Und damit ist das Ding fertig, zusammengezimmert. Unseren Anhänger haben wir wohl verloren, aber wir haben 1180 XP und 11.000 Gulden hier bekommen. Gute Arbeit. Unsere Ingenieure justieren noch die Bohre aus, dann kann es losgehen. Das sind doch gute News. Damit kann ich leben. Fahr jetzt ein bisschen mehr Aufwand. Aber das fällt am Ende des Tages auch nicht mehr ins Gewicht. So. Und jetzt geht es weiter in Alaska. Und da habe ich bei meinen Streifzügen gesehen. Ihr werdet es gleich sehen. Ich glaube diese Karte habe ich in den Folgen auch noch gar nicht gezeigt. White Valley. Da habe ich in den Folgen nämlich einen Auftrag gesehen, den wir hier jetzt gleich annehmen können. Hoffe ich. Und ich habe mal wieder den Caterpillar hier rausgeholt, weil der ist ja... Mit dem kommen wir immer ganz gut durch. Der ist ganz hilfreich für jegliche Art von Aufträgen. Außer man muss irgendwas transportieren, dann ist der nur zum Teil geeignet. Das Ding ist gerade hier ohne mein Zutun gefahren. So. Jetzt funktioniert es aber wieder. Dann machen wir hier vorne die... So. Anbremse rein. Und dann schauen wir einmal schnell. Die Leute vom Flugplatz haben es tatsächlich geschafft, unseren Abschleppwagen im Bach zu versenken. Und es könnte der einzige... Und es ist der einzige, den wir zur Zeit haben. Könntest du es mal versuchen? Versuchen kann ich es. Ich gebe aber keine Garantie. Für gar nichts. Okay. Da unten liegt das Ding nämlich, sieht man schon von der Straße aus. Und das muss da irgendwie rausgezogen werden. Wird spannend. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, warum das so viel Geld gibt. Aber wenn ich so die Steigung sehe hier, dann verstehe ich das. Ich habe mir doch mal angeschaut, wie ihr den Auftrag erledigt habt. Ich habe es natürlich wie immer, kann man ja mittlerweile schon sagen, viel zu umständlich gemacht. Es gab nämlich noch einen anderen, einen kürzeren Weg. Ähm. Wer die Mission also noch nicht gespielt hat und das ein bisschen effizienter machen möchte als ich. Der sollte mal in die Kommentare gucken. So, und jetzt bloß nicht zu weit runter. Gehen wir mal in den Gang hier. Und dann mal so ganz leicht. Ja. Das reicht schon. Und wir rutschen noch drei Meter. Ja. Lassen rollen. Lassen rollen. Die Handbremse kann nichts mehr ausrichten. Wir rollen weiter. So, jetzt ist die Frage, zieht man den besser durch den Fluss oder zieht man den besser hoch? Ich werde es jetzt erstmal mit hochziehen versuchen. Wenn das nicht klappt, dann weiß ich, war die falsche Idee. Na, ob das klappen wird. Ich gucke mir nochmal schnell auf der Karte an, ob wir am Fluss irgendwo rauskommen. Wo es ein bisschen sinnvoller ist. Wo muss er denn hin? Fragen wir erstmal so. Ähm. Lieferung zum Parkplatz. Der muss eh hier hin. Das heißt, wenn wir hier den Fluss runterfahren würden und hier dann irgendwann... Das dürfte funktionieren. Komm, wir fahren durch den Fluss. Warum denn nicht? Also das mit dem Anhänger in der letzten Folge hat mich ja wirklich sehr geärgert, ne? Nach so einer langen Folge, ich hatte alles perfekt vorbereitet und dann war das das große Finale. Das war das Ergebnis, dass ich den Auftrag doch nicht abschließen konnte. Sehr ärgerlich. Der quält sich aber hier über den Stein. So. Dann einmal dran machen. Das Ding. Und dann ab geht er denn, Peter. Schnallen sich an da hinten, ne? Oh. Irgendwie, ich habe mich an Michigan und der Umgebung so ein bisschen satt gesehen. Ich habe mich satt gesehen und fand die Umgebung nicht mehr so richtig spannend. Aber hier, das fühle ich wieder richtig, Alaska. Also es ist schon gut, dass es mehrere Regionen gibt. Das beratet einem schon irgendwie Freude und sorgt für mehr Abwechslung, als man das vielleicht so denkt. Beim Spielen. Ich habe auch gelesen, ich hatte mich ja erkundigt, wie sieht es eigentlich aus mit den Baumstämmen. Weil das war ja essentieller Bestandteil des Vorgängers von Mudrunner und Spintires. Und er hat mir geschrieben, die kommen noch. Die sind teilweise auch schon vorbereitet. Die kommen noch, die Baumstammaufträge und sind dann später im Spiel in Phase 3 oder sowas. Also Phase 1 ist jetzt glaube ich Search and Rescue. Oder so ähnlich. Und dann gibt es noch andere Phasen. Und in jeder Phase gibt es dann Features, gibt es Updates, gibt es neuen Content, neue Karten, neue Fahrzeuge, neue Missionen. Viele von euch schwören auch auf die russischen Dinger. Ich traue mich ja gar nicht, die hier einzusetzen. Aber ich glaube, das wäre gar nicht so dumm. Also dieser Azov, der hat gute Dienste geleistet und ist ja noch erschwinglich. Und diesen Kolob habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht ausprobiert. Also viele von euch haben geschrieben, das sind die Maschinen und Geräte, die es braucht. Und die habe ich ja schon relativ lang, also freigeschaltet. In Michigan, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht viel Brauchbares so an Maschinen und Geräten gesehen. Und wir fahren mal ein bisschen schneller. Ich könnte hier vielleicht auch hochfahren, aber ich glaube, ich mache es mal nicht. Das ist endlich mal wieder so ein Auftrag, wo ich mir keine Sorgen mache, dass ich irgendwie verkacke an der Stelle. Das geht mal wieder, da lübt der Lachs. Oder hier in unserem Fall schwimmt er heute. Auch wenn es ein bisschen beschwerlich zu sein scheint, aber ich muss mir noch nicht mal um den Tank Sorgen machen. So, vielleicht können wir den auch schon hier rausziehen. Das wäre vielleicht ganz schön, wenn wir dann langsamer auf die Straße kämen. Aber... So... Also, im letzten Video habe ich erst die richtige Abfahrt verpasst. Und dass ich in der zweiten Hälfte dann allerdings den Umweg gefahren bin, also diesen wesentlich weiteren Weg oben rum. Ähm, das war dann wiederum die richtige Entscheidung wohl. So wurde es mir geschrieben. Ich bin den Weg nochmal gefahren, den ich extra gemieden habe. Und dachte mir, ach, so schlimm ist er ja gar nicht. Hättest du eigentlich ganz gut zeigen können. Aber das ist halt immer so ein... Ja... Man weiß halt auch nicht, wie sich das verhält mit so einem Schwerlastding dann, ne? So, jetzt müssen wir irgendwas tun. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall irgendwie vorbei. Da hilft jetzt nichts mehr. Ja... 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 Das läuft doch. So einigermaßen, ne? Oh, das wird schon wieder ein Highlight, sich hier hoch zu nörgeln. Ähm... Können wir uns hier irgendwo festmachen? Ja. Äh... Also alle meine Optionen sind jetzt gerade weg. Das ist erstmal... Grundsätzlich erstmal... Schade. Aber vielleicht schaffen wir es dann trotzdem noch irgendwie. Das kann doch eigentlich... Ich versuche es mal hier mit Differenzial... Ja, mit Differenzial scheint es zu funktionieren. Ich bring den erstmal hier rüber. Denn solche Felsen... Na... Wir... Wir sind einfach Förster hier. Wir fällen einfach. Ja, komm! So... Okay. So, Teil 1 ist schon mal geschafft. Jetzt müssen wir den dann noch wegziehen. Das ist eigentlich nicht Sinn der Übung, dass der Caterpillar dann wieder... Ein bisschen weiter nach hinten rutscht. Wir machen mal... Das ist ein bisschen geschickter. Und zwar ziehen wir den ein bisschen weiter nach außen. Wobei das auch nur begrenzt hier bringt. Okay. Dann jetzt mal mit Gewalt. Hilft ja nix. Dann ziehen wir den jetzt einfach da drüber. So... Der Auftrag oben rechts über den Fluss, der ist jetzt nicht zu beachten. Der des Kappes. Das ist... Das hat mit irgendeinem anderen Auftrag zu tun. Aber ich glaube, wir kommen jetzt hier wieder auf den richtigen Weg. So... Wir fahren geradeaus. Geradeaus. Und dann war das... Wo war der Parkplatz noch gleich? Hier unten irgendwo, ne? Parkplatz hier. Das heißt, wir müssen nur noch diese Straße runterfahren. Ah, gut. Das sollten wir wohl gerade noch so schaffen. Man darf nicht zu viel Skill erwarten, aber... Ich hab eben noch ne... Achso, ich muss ja gerade ausfahren. Ähm... Da sind wir wieder beim Thema. Ich hab eben noch ne Discord-Nachricht gelesen. Da hieß es... Ansgar, du sagst immer... No risk, no fun. Aber am Ende des Tages machst du doch immer den sichersten Weg. No front. Gott sei Dank war da noch no front hinter. Aber... Habt ihr natürlich recht. Da mach ich keinen Hehl draus. Aber man fährt auch einfach... Ich glaube, am Anfang hab ich das noch mehr gesagt, als äh... Jetzt am Ende. Weil ich am Anfang auch öfters noch so... So Dinger gemacht habe, wo ich mir nicht so sicher war. Aber ich bin mittlerweile zur Erkenntnis gelangt, dass man... Dass man ganz gut da... Daran tut, ähm... Fehler nicht zu machen. Ja? Das gilt ja allgemein im Leben. Aber hier äh... Besonders, weil... Wenn man Fehler macht und die falsche Route wählt... Da dann wieder rauszukommen... Das ist entweder unmöglich... Oder noch zeitaufwendiger, als hätte man direkt... Den... Weiteren, aber sichereren Weg genommen. So... Es reicht natürlich nicht, dass man den hier an Land schleppt. Nein, er muss zum Parkplatz geschleppt werden. So... Und... Jetzt können wir ein bisschen Gas geben hier. Vorausgesetzt... Der Kollege da hinten macht mit. So... 900 Meter sind es noch. Ja, ich freue mich auf die nächsten großen Aufträge dann wieder... Mit den, äh... Schweren, äh... Transportern. Ich habe mir die Aufträge jetzt hier in Alaska auch schon angeschaut. Musste allerdings feststellen... Viele sind so map-übergreifend, so wie es in Michigan auch war. Und es ist halt schon eine Spur schwerer... Als in Michigan. Also... Russland... Und die Aufträge hier... Kommen mir so ungefähr auf einem Level vor. Was die Schwierigkeit, äh... Betrifft. Und wir sind halt immer noch erst Level 17. Und haben noch nicht das coole Fahrzeug aus Level 24 freigeschaltet. Und das ärgert mich. Das wurmt mich. Aber ich meine, was soll's. Man kann ja... Man kann nicht mit dem Finger schnipsen. Also es gibt... Einen Eintrag, den man einfach machen kann... In der... Datei, aber das mache ich natürlich nicht. Aber damit könnte man das natürlich sehr schnell erreichen. So... Neben der Facecam wurde auch die Lenkradcam... Gewünscht. Vielleicht mache ich das mal irgendwie bei Folge 100 oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Oh... Das lübt doch hier. Wie am Schnürchen. Wenn es immer so liefe wie hier... Das wäre der Urlaubssimulator. Da würde ich 24-7 durchzocken. SnowRunner. Aber endlich macht das jetzt auch jeder dem... Dem Namen hier. Alle Ehre. Das Let's Play. Aber ich bin immer noch verzweifelt auf der Suche nach guten Mods. Die habe ich nämlich immer noch nicht so wirklich gefunden. Die meisten sind ja wirklich nur unmodifizierte Standardmaschinen. Standardmaschinen. Ich musste ein bisschen lachen bei dem Kommentar. Der Part war super. Aber das Auto am Ende... Kotz. Oder boah, Kotz. Oder so. Sehr vulgär ausgedrückt. Aber es spiegelt ganz gut meine Stimmung. Weil... Ich weiß auch nicht, ob man das so gemerkt hat. Aber ich war wirklich sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht. Am Ende der letzten Folge. Vor allen Dingen über mich selbst wieder. Weil ich mir natürlich hätte klar sein müssen, dass da irgendwas gebaut wird. Aber ich glaube nochmal... Das sind so Sachen, aus denen lernt man. In Zukunft werde ich immer meilenweit entfernt meine Anhänger verstecken. So. Ein herzliches Servus. Gott zum Gruße. Der Truck ist da. Frisch geborgen aus dem See. Aus dem Fluss. So. Hier soll das sein. Hier ist die Werkstatt. Das ist ja auch ein Parkplatz. Ich glaube das muss dann. Das ist eine Werkstatt, ne? Ich schau nochmal gerade. Achso. Parkplatz ist hier links neben. Alles klar. So. Und das Ding ist auch fast unbeschadet. Wie auch selten erlebt. Mahlzeit. Hier links. Das muss dann der Parkplatz sein. Gibt sich die Werkstatt. Großartig. Ich hatte gehofft, dass du mir hilfst, sonst hätte ich auf einen neuen Abschlepper warten müssen. Ganz zu schweigen von dem Bericht, den ich hätte schreiben müssen. Vielen Dank. Und dafür habe ich jetzt einfach einen Derry Longhorn bekommen. Tatsächlich. Da kann ich jetzt einsteigen. Ein bisschen zurücksetzen. Oder ich kann es auch hier über das Menü machen. Das ist jetzt allerdings, glaube ich, die nicht modifizierte Version. Das heißt, den müsste ich jetzt sowieso einmal schnell in die Werkstatt bringen. Ja. Und damit kann man jetzt hier rumfahren. Oder den kann man natürlich auch verkaufen. Ich habe jetzt einen Truck auf jeden Fall schon verkauft. Ich denke, ich werde dann noch diesen Ford, den ich da gefunden habe, verkaufen. Ich werde noch den Chevrolet verkaufen. Und ich habe für die nächste Folge auch schon wieder einen Auftrag. Bevor wir uns nämlich wieder um die Transportaufträge kümmern, versuche ich jetzt erstmal ein Fahrzeug nach dem anderen zu finden. Wenn ihr da noch Tipps für mich habt, gern damit in die Kommentare. Aber hier steht auch wieder irgendwas. Suchen und finden heißt der Auftrag. Kann ich hier noch nicht aufrufen. Aber da scheint ja auch irgendwas mit einem Auto zu sein. Und ich glaube, hier war noch irgendwo ein Autoauftrag. Und wer weiß, vielleicht finde ich auch noch irgendwo einen Truck hier auf der Karte. Oder auf einer anderen Karte. Ich meine, hier gibt es ja noch die Karte Bergfluss. Da könnte auch noch was sein. Also ich glaube, hier haben wir damals den Caterpillar gefunden. Aber hier ist bestimmt auch noch irgendwas versteckt. Ich werde dahinter kommen, hinter das Rätsel. Ganz kurz noch zur Übersicht. Ich bin aktuell im Level 17. Hab 7 von 8 Fahrzeugen in Michigan gefunden. Das eine, was ich nicht gefunden habe, das ist der Chevrolet. Da weiß ich aber, wo er steht. Und ja, das nächste Level ist nicht mehr weit. Ich danke euch soweit aber fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß wie mir gemacht. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut auch gern nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!